beide weggerotzt ja genau, blockier mir den Weg Schorfsäckel WAS GEHT ALTER? Reanimiere mich, schweiz. Warte, warte, ich bin tot Was geht denn da schon wieder? Keine Ahnung, aber ich find's geil 8 zu 4 ist geil geil cool Trollig Durchgang Trolalalalalalalala Oh fuck, ich hab geschossen Trolalalalalalalala Trolalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ich stell echt immer einen richtig kühlen Kopf wir halten bei solchen Situationen wenn man immer zehn Gegner um dich rumstehen Und bei meinem fetten Headset ist es fast nicht möglich einen kühlen Kopf zu bewahren Oh, ich wieder mit Granate weggeholt Ich kann es einfach. Save your medal und ich hab vergessen, mich auf Beschäftsicht sich zu stellen, verdammt! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ich werfe da mal ne Granate rüber, vielleicht trifft er eine Ich muss kurz nen Schnitt machen und kurz in Skype gucken, bis er gleich So, willkommen zurück an nem anderen Fleck, ich bin nach hinten gerannt äh, weil mich hat einer angeschrieben wegen diesen Hunger Games, wo ich mitmachen wollte Fuck, 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 fuck Boah, ich lebe noch, ey, krass Nein, da kommt ein anderer Weil, äh, da war irgend so ein Typ, der hat mich wegen Hunger Games gefragt und ich wollte dann ein paar andere LP ja fragen, so Tobit RE zum Beispiel oder C2LP und so weiter Und hab ich halt vergessen Ich bin, ich bin mal bei dir reingekommen Ach fuck Warte, 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 nicht verzagen, kühlen Kopf bewahren Steh auf, jawohl, dankeschön Kennst du bei Toy Story diesen Toy Story 2 der Dinosaurier? Benutz dein Kopf Aber ich will meinen Kopf nicht benutzen Dann ran die mit seinem Kopf irgendeine Tür ein oder sowas Das fand ich ziemlich gut Das war nicht geil, bist du tot? Ne, es war's gar nicht gut Ne, hier drum geschrien Woah, what the fuck, what the fuck, ah, verpiss ich, Mann Bastard ohne Scheiß, Mann Wege dem, welch fast verreckt, Mann Ach, mein ich wohlig Ach, nein, nein, ich lebe da noch jetzt bin ich tot Komm, die Granate kriegt ein Komm, ja, wenigstens einen Jou Da vorne waren sie alle Alle, alle auf einem Fleck Ach du Scheiß, das ist so krank, Alter Ich find's geil Blue Devil, ne Wir waren jetzt die ganze Zeit in der Mitte Oh, cool Ah, jetzt bin ich wieder tot Auch nicht schlecht Scheiße, Mann, der Durchgang ist eingenommen Durchgang Ich ruckel hier schon wieder Okay, 240, warum hab ich in 240 Ping, verdammt? Wie kommt das, Mann? Krass, ey, ey Du bist reanimiert, diese kurze Glück, das kurze Glücksgefühl Hält aber nicht lang an, weil du gleich wieder getötet hast Weil du noch deine Sekundärwaffe in der Welt Das kenn ich Ist immer super Oh, Mann, ey, jetzt hab ich einen Ping von 30 Du, du, du siehst auch irgendwie komisch aus beim Laufen, Pau Du sahst komisch aus Was mir jetzt gefällt, wenn du einmal bei einer Waffe einstellst, gewünscht Dauerfeuer anstatt so'n Streuzeug Bleibt das auch so Jetzt muss ich dann jedes Mal neu anstellen Der ist weg Schnell rennt raus und guck auf Na, draußen, einer, einer, es heißt zum Beispiel wie einer toll Reinämie mich bitte Hilfe bei Kiel 25, danke Danke Pro Nein, Messer, von hinten, von hinten, Thomas Warte, 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 jetzt Hey, ich bin tot, das gibt's doch wohl nicht, Mann Ich bin im Arsch Ich nehm jetzt auch mal schrotzeln, der, ich hab keinen Bock mehr 78 MCS, die wollte ich eh nur leveln So, bitches Das ist so ne typische, ein Kiel, ein Toten Schrecklich Ja, okay, finde ich nicht, 11 zu 8 geht Du, 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 du Ich weiß nicht, FPS bei der Aufnahme, eingestellt Aber konstant, ey Übrigens, der Typ, wo du das grad die ganze Zeit singst, Thomas Ich glaub, der ist gestorben letztens Echt? Der Trollolo, ja Der Trollolo, Mann Ach, da ist, hä, wo war denn der bitte? Ach, ich blick's hier grad überhaupt nicht mehr durch Hä, WTF, sind die da? Hä? Wo ist der Gegner? Ah, ich seh'n Ich hab' ihn noch, warte Nein! Oh, wo bin ich, wo bin ich? Fuck, wo bin ich? Boah, krass, krass, grad noch so geschafft Oh, ich hab' ihn Oh, fuck, da kommt einer Verdammt Oh, ne Scheiße Oh, ich hab's geschafft Ich hab' so einen Lackdeseronnet Ich hab' ihn nicht mehr einfach nebens gegnerische Auto Furchtetuchen Also, wir rennen hier grad wirklich Ich seh' grad' den Killcamp vom Gegner, die an unseren vorbeiläumen Alter, oh, ne man, bitte nicht, ey Schon wieder tot Gott Der Typ von Troller-Leubig ist dort Die Legende Also, wenn dieten daran mal ein Publikes Rot tauscht, du… Du, 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 du,est, fortress, immer 1, giorno Dann, oh, nee, bitte nicht ordentlicher channels Okay, ich mache nur die Öffnung Ist das tatsächlich irgendein Harzer? Ich mach' meine Hauptsägliche durch die Primärwaffe als dritter Waffen und an vierfach zu müssen ich glaube es wurde das ist nicht gut hier oben zu kämpfen wo bist du hin also auf Markt wenn man zum ich will werden ich bin ein neues Headset kaufen nicht zum Markt gehen der Kälte oder so was okay lalala oh Kranaten hallo ja gut verreckt halt nicht man hey nee oder zwei Meter vor dem Headshot zack bumm nee stoppt einfach nicht genau und mit 70 Prozent ja genau oh man ey ohne Spaß überlebt mal bitte kurz das wäre sehr nett nur in meinem Interesse natürlich ah man ey ich schaff's doch immer bis davor zu rennen man irgendwie meine Waffen funktionieren nur auf Fernkampf ohne Spaß im Nahkampf trifft trefft meine Waffen nix ich finde das komisch das das kapiere ich ohne Scheiß mal nicht nee ha alter das ist krass hier grad schon wieder mich mach hier auf zwei Meter muss ich hier mit einem Vierfachsoom hantieren meine Freude ich weiß was du machen musst du musst einfach einfach alles ignorieren einfach zum Gegnern hinrennen dann überlebst du am längsten wenn du einfach wenn du nur über die Straße rennst zur anderen Seite dann bist du sofort tot aber wenn du da äh einfach auf die Gegner zu rennst die treffen dich nicht ich weiß nicht warum aber das ist irgendwie komisch ach ich muss das Vierfachding weg tun es geht überhaupt nicht ich probiere mal gerade aus auf die Zug zu laufen guck mal wie lange die mich nicht getroffen haben das gibt es doch nicht da musst du Granaten vorspannen ey das gibt Punkte krass da kannst du fast bis ganz vorrennen vorrennen und die treffen nix mal wieder bei Blue Devil ich werf mal so ne Granate vor einfach ganz random so jetzt mein Munitionspacker nicht schön Granatenspannen ich hab das Gefühl ich krieg gleich wieder ne Granate oder ein RPG in die Fresse ja das Gefühl hat sich bestätigt komm schon kommt jetzt ihr Wichser na gut dann halt nicht dann komm ich halt vor heilige Scheiße leck mich am Arsch hier ist gerade so eine Action man das Video wird so unglaublich groß ohne Scheiße leck mich am Arsch ich guck hier einmal um die Ecke und auf einmal kommt ohne Scheiße ich hab 20 Leute alle auf nicht so ja ja die Giga ich hab jeden jeden ungefähr 10% Leben abgezogen wenn ich mich für keinen entscheiden konnte ja die Giga bei einem Nein also die Giga bei 10 Leute an also die Giga bei 10 bei dem Video auf jeden Fall purzeln die Sterben durch Spaß Mann wie es geht es die Schreisverzögerungen im Battlefield ohne Scheiß naja du bist ums Eck gelaufen und dann kriegst du noch ein Headshot durch die Wand ja ne das ist nicht wegen durch die Wand sondern weil es einfach verzögert ist ja klar vor allem ist er in der Ecke und in der Ecke und das geht doch nicht was macht die davon scheiß naja vielleicht werde ich ja noch werden ihm jetzt allgemein kann Adi Karzweiter und zwei nämlich jetzt machen ein Schluck Cola 8 ich war nicht so sexy aus die 1 90 ja ich finde sie ist geil vor allem ohne wie sie sieht cool aus ja ich weiß überall explodiert der Bildschirm wackelt und zittert und ruckelt wie soll man da überhaupt irgendeine Chance haben überhaupt mal zu zielen oder so geht er nicht das ist und die 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 so kriegen dies nicht auf die Reihe den einen Typ zu killen verstehe ich Nein ey ohne Scheiße mit der 2.000 die Bitches Blatsch Lalalalalalalalala Ne ich nehme jetzt mal die Farmers darauf habe ich Ah die Map ist einfach zum Kotzen ja es geht ich weiß nicht warum ich will mal die Farmers jetzt nehmen weil auf Nahkampf ist ich schon übelgut aber halt ich weiß nicht ich kann mich mit der irgendwie überhaupt nicht anfangen die verzicht so extrem aber stark aber so krass auch nicht mehr mein Gott ohne Scheiß mit drei Schüssen bin ich tot aber wenn ich andere anknall ohne Scheiß da brauche ich hunderte von Schüssen das kann auch nicht sein ohne Witz Mann das geht mir grad echt auf den Sack hier die haben mein Battlefield extra schlechter gepatcht die Dreckswichser von EA man kann gar nicht anders guck schon tot ich war um der Ecke ganz klares Ding wenigstens nur einen mit der Granate weggeholt seit langem 16 16 einsacker der ist okay oh da fällt mir grad was ein ich muss kurz nen Schnitt machen und in die Aufnahme reinhören bis gleich willkommen zurück weil ich hatte vorhin ein bisschen GTA 4 mit Andreas aufgenommen und da ist mir aufgefallen so oppala ich hab aber vielleicht eingestellt dass es meine Stimme nur aufnimmt wenn ich Leertaste drücke und es war ein bisschen AA weil alles für den Arsch war oh da liegt ein Toter auf dem Boden ach du bist es oh danke du bist mir grad so nebenbei aufgefallen ich finde das Standard Zielkreuz oder die Standard Zielverrichtung von der Farmers ist übelst winzig mein Lauf und mein Kimme und Korn fehlen schon wieder Thomas ey das gibt nur Scheißbugs seit dem Patch ohne Scheiß nur Scheißbugs die ganze Zeit seit dem neuen Patch ich war nur noch im Startmenü und in Game gleichzeitig das war schon so oft der Fall jetzt es ist krass ne ich wollte die F2000 nehmen jetzt ist er zu spielen heilige Scheiße mann woher wissen denn die ganze Zeit wo ich rumsitze nein die ganze Runde nicht geflamed habe ich jetzt nicht bin anfangen ne 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 ja aber die Map sind einfach krank das hat geil angefangen und jetzt geht es auf einmal wieder echt Top auf ne Classic Conquest Map und wir haben auch und wie er die heiße Map jetzt ist heute ich mal mit meinem Battlefield Kenntnis angeben und dann weiß ich nicht mal wie die Map heißt mit äh ja kannst du ja ganz genau so was ähm ja 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 so ja ich glaube ich muss das Quattet mit gewinnen das habe ich mit dem Tristan jetzt letztens wieder das macht richtig Spaß finde ich das ist total die Abwechung da kann man halt nur zu paar Spielern unter Freunden so zocken und so jetzt hier muss man gegen lauter fremde ich weiß es bringt nichts aber ich muss trotzdem naja ich habe keinen Bock mehr jetzt beide mitzufahren ich muss zu Fuß los ich laufe gerne zu Fuß ach komm geh sterben du Bastard ich mach hier einfach mal keine Kills da ich hab' nicht da ich hab' nicht warte mir das mal mit einer anderen Map oder so was ja warte jetzt machen wir die Aufnahme noch fertig ja ich drehe nur durch so der Peinlich ach mit diesen dummen und er hat mich auch mann tausende Kills mir immer flöten gehen wegen meiner scheiß nachladen Krankheit ganze Zeit muss ich nachladen oder will ich nachladen und dann lade ich nach scheiße kommen da hat es schon wieder viele ums ich nehme zwar alle auch das Ding zu weiß gar nicht ob ich nicht schießen soll ich nehme mal die M416 und die mal ohne Visier oder ohne Visier probiere ich mal diese Situation überfordert mich grad wirklich masslos diese Situation überfordert meine militärischen Kenntnisse da vorne war gerade noch ein Gegner ja ja hilfiger Kill wo ist der Typ Thomas? er kann er nicht er bin hier gerade so war ich eben genau alter jetzt ging es ab ohne scheiße habe ich gruppengruppen kill gemacht vorgruppen sex an gruppen kill habe ich jetzt gemacht geil vier kills oder so am stück danke ach so geil alt bist du tot Gott ich hab kein bock mehr alter das ist zwar die märkte sie sind als auch noch mehr aufzunehmen oder auf die märkte und die märkte war sommer dass er fertig zocken sind im gewinnerteam obwohl er dass du dich jetzt aufregst nur fürs lp will ich jetzt auch nicht da machen wir jetzt den schnitt wenn die aufnahme session mal und dann sehen wir uns im nächsten part wieder in den nächsten aufnahmen und dann sag ich mal viel spaß euch noch bei was immer ihr macht und bis zum nächsten mal tschau ade